Und ich glaube, mit dem Hundeführerschein hast du bis zu einem Jahrzeit, weil er noch sehr klein ist oder so, kannst du noch ein bisschen warten, aber alle, die jetzt schon einen großen Ausgewachsenen haben, können das nicht. Also ich finde, das ist eine Frechheit, weißt du, weil das ist nämlich so eine Abzocke. Das ist eine Geldmache, nein? Genau, das ist eine Abzocke. Du kannst dir jetzt erstmal was günstiges raussuchen, weil es gibt wohl Tierärzte angeblich, also ich bleibe meine Tierärzte nach Süße, aber Tierärzte, oder es gibt so ein Verzeichnis, wo gesagt wird, also das sollte das kosten. Wenn der jetzt aber sagt, ja, ich nehme aber 50 Euro mehr, weil ich...